Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Marcel, das ist für heute Supermarkt Simulator Mal schauen Vielleicht wird es ja mal ein Let's Play, wo man mehr davon machen könnte Das müsste man sich mal angucken Hätte schon was cooles an sich, wo man davon mehr machen würde Preis ab Häftig machen wir mal das Dann haben wir ein bisschen weniger Geld, aber Da haben wir noch ein bisschen was übrig, falls irgendwas ist So genau, 1,68 Euro So Man geht ausräumen Siehst du, was immer das Nervigste ist, was ich finde persönlich Ich habe auch schon mal Proben zu schaffen So, was ich halt finde Persönlich ist meine Meinung Das Nervigste ist Das MHD-Kontrollen Das ist sau wichtig Das ist einfach so Aber du hast jetzt ein Regal Was richtig Eingeräumt ist Du kommst halt nicht leicht hin Dann hast du dort hinten so Du musst alle vorräumen Das Tustig ist manchmal richtig Aufwendig und nervig Das ist halt Das muss man auch mal wieder sagen 3,5 So Machen So Hier raus Da Draus So Warte auf die ersten Kunden Das macht dann 6,50 Euro Geben sie mir Sie haben jetzt 10 Bestätigen So Hallöchen 6,50 Euro Nicht mehr Nicht mehr eingeben Das ist nicht möglich Na komm, geben sie Kreditkarte her Wir machen das Natürlich Immer muss ich mal Proben, ob man da Vielleicht mehr eingeben kann Haben sie mir gerade 10 Augegeben Ach Schem Space Ich drücke Dann geh mal Enter Ich will jetzt Enter So bestätigen Oh Mit ihnen Ö Enden Rück Nicht gefunden Eins Ja, okay Okay Stellkosten Ja, wir haben 34 Profit gemacht So Rechnen wir los So 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 Komm mit 4 Das ist mir einseitig teurer Mach So So 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 6 8 9 9 10 11 11 11 11 so Euro bei den Grauflechstorteur sind geht doch zu Netto oder ist nicht wirklich billiger immer meckern die Leute hier siehst du noch aus ob sie was kaufen wollen mir das stimmt sie kauft doch was kommen kommen verduchten zu deinem pc Geld dazu hätt gerne auf verkaufen können viel Geld machen das mal ab stimmt das mal weg mit dir das ist das so verkaufen so jetzt geht es noch so gut geht es eben nicht so gut du bist mir lieb so gut da gibt es kein Wechselgeld du willst kein Wechselgeld da gibt es da kommen äh nein so jetzt ist mein meine heilert ich mir bald noch egal kommen kann er ist ein guter Kunde Kursorina so 14 so 14 5 so 14,50 jawohl ich wähle es aus den Winkel schon aus 14,50 ist der zu teuer? nicht zu teuer mein Kollege, mein Freund Wasserflasche so so 4,50 ja, komm her gib so, jawohl weiter 8,50 so so okay, ja, gut, wenn man bedenkt, ja was fehlt mir, da kriegt man, Toastbrot fehlt mir hauptsächlich, Mehl, Toastbrot, einmal Mehl, zweimal Mehl, einmal Öl, so 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 wo man den bei Irgendwann kommt noch Geld, vielleicht immer Milch schauen, da Geld liegt, Geld, Geld Hilfernieren für mich, das ist 4,5 So, jawohl Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Wir sind gerade noch in Aufbau, deswegen, okay, wir arbeiten dran, alles wieder zu bekommen. Kommt, ja, wir wissen, wir sind da. Wir sind noch in Küchen, kam. kauft ein so die karte her 18 euro oder wie man sich hier kauft 785 850 weg mit dir haupt marsch ja ich glaube nichts der kunde und im tag beenden folgen zu ende dann tag zu ende ist auch die folge zu ende sie machen diese oder nächste von der reisung kostet das regal glaube ich was ich gerade weiß kostet das regal möbel und kühlschrank hat 200 sieht aus kaum noch ein licht immer werdet drin reicht passt schon mit dir passt schon ja wir müssen gekauft aber wir schon kommen von den ersten an den nächsten die zwei wollen noch einkaufen sie holt sich den letzten abendsnack komm wie es dir tut mir auch egal das war's mit der folge wir sehen uns in der nächsten video bis dann alle tschau tschau